Einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren, wir spielen heute wieder Genshin Impact, wir suchten es sozusagen richtig durch, weil ich mach ja in den letzten Tagen irgendwie nichts anderes aus, so ein Genshin suchten. Wie ihr seht, ich hab gerade Kalei ausgerüstet, die kleine sisse Kalei. Sie ist gerade im Mondstadt unterwegs und sucht ihre Amber, doch leider ist sie heute nicht anzusprechen. Ähm, beziehungsweise ist, äh, unterwegs. Ähm, falsch. Ich hab hier noch meine täglichen Erledigungen, aber den Rest mach ich dann, ähm, später privat. Das, was ich jetzt mach, das, ähm, mach ich jetzt halt noch schnell. Kalei ist übrigens bei mir jetzt Level 60, falls ich das in den letzten Videos noch nicht erwähnt habe. Und, ähm, wir gehen dann jetzt gleich wieder zu Sumerun, machen unseren, äh, Auftrag weiter. Kalei muss ich jetzt wechseln auf Hero, weil der, äh, noch stärker ist. Kalei muss noch weiter ausgebildet werden. Ne? Hehehe. Äh. Dann geh ich gleich mal zu Symmelro und mach die Hauptquest weiter. Ähm, in der letzten Folge waren wir ja bei dieser Zeitschleife, oder in dieser Zeitschleife gefangen, gefangen, gefallen, ähm, und ja. Und werden jetzt gleich dorthin beordert. Äh, ich weiß nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Auf jeden Fall sind wir jetzt, äh, beim Battle Pass auf 13. Das ist sehr schön. Krieg wieder mal geholet. Und was haben wir hier? Ah ja, genau. Ah, stimmt. Das da hat sich ja wieder, äh, ähm, wie heißt's, aktualisiert. Und da können wir ja jetzt, äh, den Rest machen. Naja gut, das da ist in zwei Tagen verfügbar, aber man kann so ziemlich den Rest machen. Aber das mache ich dann auch, äh, privat. Ah, und jetzt können ich, äh, ne zusätzliche Halsfigur auch machen. Schönes Ding. Aber jetzt muss ich die Hauptquest weiter machen, denn heute habe ich nicht so viel Zeit eigentlich. Oh, mal gucken, das hat am Ende doch ne Stunde. Muss ich jetzt alles wieder vor vorne machen, weil dann würde ich kurz Pause machen, weil ich glaube, ich habe ein starkes Déjà-vu. Ähm. Hm. Ja, das ist alles. Das ist der lustige Ort. Wir sind weg von der Mission gegangen und wir sehen, es hat sich ein bisschen was respawnt oder rebooted oder wie man das sagt, weil die ganze Sache hatten wir ja in der letzten Folge, weil es kommt jetzt gerade wieder das, wo wir diese kleine verfolgen müssen. Ähm, und soviel ich weiß, ähm, waren wir letztes Mal, äh, hab ich ja so aufgehört, dass man, äh, nicht das macht, was ich jetzt gerade durchlebe, dass ich rein zufälligerweise in die Mission reingestolpert bin. Ähm, und ja, ähm, da. Wie gesagt, ich, ähm, spule jetzt sozusagen alles vor, ihr werdet nichts, äh, davon merken, ich mach jetzt nochmal alles so im Pausenzustand sozusagen. Bis dann. Okay, ich glaube, ab jetzt bin ich wieder da, wo ich, äh, eigentlich sein sollte, weil ich hab jetzt wieder das mit Brindaya zu Nahida, da war ich letztes Mal nämlich. Äh, äh, und zwar ist das da, wo man, äh, da hochmüßte. In dem Fall hat das da von da ab nicht gespeichert, weil das immer noch in der Zeitschleife ist. Ja, ich hatte schon, äh, bevor ich dich, äh, geholt hab, die Aufnahme laufen. Hä? Hä? Bei wer? Doch, ich hab auf Päuse gewollt, um dich dann zu holen. Und jetzt mach ich halt weiter. Einer Bleistift. Äh, sie ist weg. Äh, unsichtbare Fühler. Ich will die so unbedingt haben, ich will die einfach. Also, ich will es nicht falsch verstehen, aber der Charakter ist einfach so. Ich liebe Wolfsgirl, Wolfgirls, aber. Zwar ist sie kein richtiges Wolfsgirl, aber für mich ist sie ein Wolfsgirl. Und da sie Feuer und Zweihänder ist, wird sie mit Sicherheit die Luke ersetzen. Ich will sie überhaupt nicht sagen. Ich bin so, wie ich nicht da, aber es ist eine der These sind wichtig. Wie in der Kühlen hat, wir sind die Entdeckung, aber es ist wichtig, dass das Schaden der Arcaunterne was. Ich bin so, wie ich mich da, die Frau und ich mich in einer Kühlen war. Ich weiß, was da? Aber es ist so, wenn es, dass ich meineuku anlamde, dass das Schaden aus dem Arcaunterne war. Du bist gut? Ich bekomme alle in der Kühlen-Den-Den-Den, bin ich, nach der Kühlen-Den, auf der Kühlen-Den-Den-Den. Ich denke, dass ich das Präden. Klingt auch so interessant, der Augen so hellblau. Was mich natürlich auch anmacht und dann noch dieses Muster. Einfach nur Wahnsinn. Wird glaube ich meine neue Waifu. Also nach Ember natürlich. Wow, war sogar richtig. Oh, sorry. Was ist das? Ah, dieses Akasha-Gentroll-Gerät... äh, Kontroll-Gerät. Ich höre... ich höre ein Dick. Oh, das ist so, dass wir uns ja auch kennen. Das ist wie eine Akasha-Gerät von einem Akasha-Serie so... Wie eine Karte? Tja, das ist wie eine Akasha-Gerät. Stimmt, könnte es sein, dass sie wegen diesem Akasha-Gerät zum einen ständig die Zeitschlaf haben und zum anderen dieses... äh, nicht träumen haben. Das ist ein sehr wichtiges Gefühl. Ich habe nicht den Archer-Achscher gearbeitet, aber ich kann das Geräusch hören. Das ist ein bisschen so nett. Ich habe auch gehört. Das ist nicht die Ausstellung. Ich habe jetzt schon einen P-Achscher-Achscher-Achscher-Achscher-Achscher-Achscher-Achscher-Achscher-Achscher. Null. Ist das vielleicht dieser Gnome? Also von dem Fatui, dieser kleine Zwerg? Von der Stimme her? Oder kommt es mir nur so vor? Ich habe zu wenig geschlafen. Aber ist jetzt, äh, der Herr auch dabei oder ist sie jetzt wieder zurück? Weil die steht da nicht mehr. Stimmt und wir haben das wieder an. In dem Fall wurde wieder alles zurück gesetzt. Oh, jetzt sehen wir den Kampf. In Bildern. Hö? Oh, ich liebe dich. Ja, ich weiß. Ja, das ist das. Das ist so ein Ding. Ich verstehe, sie hat also das auch ständig miterlebt und konnte somit ihr neues Schwert besser händeln mit der Zeit. Weil sie ja immer wieder zurückgesetzt wurde, zurückgesetzt, zurückgesetzt und über den gleichen Kampf erneut gemacht hat. Das wäre das erste Mal, dass eine Weihnachtung auftritt. Das stimmt! Tch! 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 Ah stimmt, jetzt kommt die Szene... Was wird sich da auch verändern? Nichts! Ich bin der Nacht, Nafi! Ich bin der Tag, heute, und ich bin der Verlust von einem anderen Rindler und der Verlust von der Verlust von der Verlust von den Verlust aussehen! Ich will das auch, dass die Verlust von Donniac-Gard auch helfen! Ja, so? Ich habe das Gefühl, dass ich so etwas passiert. Das ist nicht schlecht, Wun. Hey, was das... Ich werde morgen. Das ist das, was für alle, die ich selbst selbst. Sie ist fake. Okay. Wo die Kotzung, sie ist fake. Was? Ja, ich gehe auch immer aufs Klo und danach bin ich ein neuer Mensch. Vor allem, wenn ich Scheiße abdrücken muss. Okay. Okay. Häusche hat sie den Hohfdruck beendet. Okay. 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 Oh Gott. Oh Gott. Ich bin schon ein bisschen... ... 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 Oh, come here, Yuzuru. Ich hab dir das schon mal gesehen, dass ich das neue Auto-Ton habe. Ich hab dir gerade gesagt, dass du mit dem richtigen Geht, was es so wichtig ist? Oh, was ich passiert? Was ich an dieser Stelle? Oh, wie passiert das? Ich habe mich nicht als ein Geht. Ich habe mich daran gesehen, dass ich mich nicht mehr so gut für die Tore. Ich hatte die Tore, aber ich habe gesagt, dass ich mich nicht mehr verlete. Oh, das ist sicher. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ähhhhhhhhh... Gut, das war's nicht. Bitte wähle einen Text aus. Ja, toll. Ja, toll. Gut. Ich nehme einfach das erste. Ich nehme dich. Aber ich nehme dich. Das ist ein sehr lustiges Wort. Das ist richtig. Das ist richtig. Wenn ich mir das nicht so einfach sagen würde... ... es ist nicht einfach so einfach. Aber... ... das ist ja so. Ich hab's eigentlich... Jetzt! Sprich mit Deya? Wie? Ich darf also wieder zu ihr gehen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Habe ich da wieder 160? Ja, fast 160. Und apropos Gebete. Ich habe hier die Händlerdinger da. Okay. Also übermorgen wird das gewechselt. Jupp. Tu bitte nicht. Wir tun dich nicht unterscheißen. Ganz im Gegenteil. Doch sie muss es verstehen. Kommen wir direkt zum wichtigsten. Der Grund, warum du jetzt so gut in deinem Großschwert umgehen kannst, ist, dass wir immer wieder... Äh, jede Nacht verschwindet die Einlauchung. Äh, ich weiß nicht. Ich sage immer noch, wenn die Leute zu sagen. Ich glaube nicht. Ich sage nicht. Soll es. Ja, ich werde es uns immer noch nicht vergessen. Also cache sich dir das. Soll ich etwas zu sagen. Was muss das sein, wenn sie wirklich nicht begrüßen? Dann muss ich den Schutz, wenn ich den Geld und die verdammt machen muss. Wie kann ich den Geld auch mit dem Essen fürchten? Ich habe eine Art Art und Weise gesagt, dass ich die Geld auch ausgeführt bin. Ich weiß, dass ich mich nicht daran daran wusste. Oh, okay. Ich weiß nicht, dass ich alle Menschen in den Archer schreibe. Wenn man sich die Dinge anstrengt, dann kann man die Dinge anstrengen, und dann kann man die Daten hier anstrengen, um die erste Zeit zu kommen. Das ist aber nicht so, dass es so. Nein, es ist so. Ich habe ein Beweis. Ein Beweis? Okay... Dann folgen wir mal... Sorry wenn ich die Nase ständig so hochziehen muss... Ist das Ihr Trainings-Dingsbums da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist mein Ergebnis ein paar Tage. Wenn die Nase nicht immer das, wenn die Nase nicht immer das, dann wird es bald. Ich weiß nicht, dass die Nase nicht immer das. Ich weiß nicht, dass die Nase nicht immer das. Okay... Ich glaube, es ist eine Art und Weise, dass ich das alles verletzen kann. Ich glaube, es ist eine Art und Weise, dass ich ein Stück weit verletzen kann. Ich glaube, es ist eine Art und Weise. Es gibt noch nicht mehr, dass es sich immer noch nicht weitergeht. Ich glaube, das ist auch das, was ich. Nachdem die Schrauben der Schrauben und die Schrauben der Arten zu tun haben, hat man einen Blick auf einen Blick auf die Schrauben zu sehen. Hm. Ich glaube, das ist nicht so, was ich. Hm. Ich glaube, das ist eine Tochen-Games oder was ich? Dann werden Sie wieder auf die Kiste geschenkt. Ich werde jetzt noch einen Zeitpunkt geben. Ich werde den Dönn-Azer-Dohjoer-Samen von Nihilow-Samen. Oh, ich habe wieder geschenkt. Aber wenigstens die Wahrheit über die Wahrheit der Erfungshelte. Oh, das ist nicht so ein Verrug. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Dann habe ich mir gedacht, ob du eine neue Idee hast? Wunderschön? Wenn du von Oida ausfälligst, dann hast du alles wunderschön. Hast du von Citi ausfällig? Ah, das ist wirklich! Aber das ist wirklich nicht verrückt. Du kannst jetzt noch mal wieder nach Nahiida gehen. Der Hero bleibt an dem Fall dran. Muss er ja, weil er ja sonst wieder zurückgespawnt wird und alles wieder von vorne machen muss, wie beim letzten Mal. Sprich, ich muss dieses Zeitschleifen-Ding irgendwie durchbrechen, sonst muss ich ständig wieder von vorne anfangen. Okay, sind wir gestorben? Ich habe schon mal wieder zurückgekommen, weil ich noch nicht zurückgekommen habe. Ich habe schon gesagt, dass ich mich nicht zurückgekommen habe. Ich glaube... So, das ist etwas strange. In der Meinung, ich habe alle die Erinnerungen geöffnet. Oh, das ist wirklich etwas strange. Wenn ich morgen bin, dann werde ich wirklich sch... Oh, ich habe mich zurückgekehrt! Oh, ich habe mich zurückgekehrt! Oh, ich habe das... Ich habe die Frage, woher ich möchte? Oh, ich habe mich zurückgekehrt. Ich habe mich zurückgekehrt, außer ich habe mich zurückgekehrt. Das ist meine Stimme. Das vor zwei Tagen. Ja, jetzt sind wir auch noch in der Vergangenheitsform. Wie dramatisch. Ah, wir wurden in dem Fall festgenommen, oder wie? Der sieht schlaflos aus. Das ist eine Verkaufung. 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 Oh, ich bin ein paar с Försterkылfer. Ich bin ein paar mit mir dran. Ich weiß, wie ich es gut verschadaieren habe. Mich auch noch nicht mit der Zeit. Ich weiß, dass ich unbergen Knabe bin. Ich weiß, dass ich das alles wieder zurückgekehrt bin. Ich bin von den Platz des Spann. Ich glaube, dass ich mich überraschere. Okay. Daino, calmest du. Er ist hier, oder? Aber ich weiß nicht, was er passiert. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich wollte dich für heute suchen. Aber ich weiß nicht, dass ich nicht mehr von draußen bin. Ich habe mich immer noch überrascht. Ich weiß nicht, dass ich mich überrascht habe. Na klar, Taiman. Ich spreche von deinem Blick, was heute passiert ist. Also war es vielleicht so eine Art Bildtäuschung. Deswegen auch die ganze Zeit dieses äh vergessen äh Dingsbums da. Okay. Okay. Interessante Geschichte, interessante Geschichte hier alles. Kommen wir jetzt endlich aus dieser Fre... Schreife hier raus. Schreife hier. Schreife hier. Okay. 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 Oh! Okay. Okay. Äh, Raum, in dem wir uns gestern befanden, äh... Also ich persönlich hätte die mitgenommen, aber in dem Fall das. Aber dann kannst du wenigstens helfen. Kurz. Ist die andere Seife leer. Super! Papa! In dem Fall kannst du sie kurz benutzen. Zu der vertrauten Bank. Ich muss zur vertrauten Bank gehen. Ach so, die meinten die Sitzbank. Ich dachte so ne Bank, Bank. Hä? Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Okay, jetzt gehen wir zum Fest und dann, äh... Okay, nein, wir sprechen wieder mit Nadia. Nahida. Komm! Komm! Oder vielleicht wird sie auch Nahida ausgesprochen und nicht dieses Nahida. Wer weiß. In der Zeitschleife stand ich mit Nahida und dann jetzt am Ende, äh... Äh... Nahida ausgesprochen, weil wir es mit der Zeit gelernt haben, ne? Ich bin bereit. Frau. Okay. Ich bin bereit. Frau. Okay. Das war nicht. Nanida. Frau. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Frau. Nein. Ich bin bereit. Wort ist der Dnie. Frau. Frau. Die beiden Raum ist... Nein... Nein... ... die月... Nein... 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 ... die ganze Zeit... Nein... ... die Arcausse... Nein... ... Sie sah auf! SDR... Ihr sedet... ... sie sind, Sie die Lote... ... die O stream... ... Sie sind die Erde... ... aber es ist sie Zeit... ... sie haben einen Fall... So, jetzt hab ich's durch. Ich klicke da einfach irgendwas ans HW. Ich will da nicht lange überlegen. Das war schon gut für Detektiv Hero, aber... Ich interpretiere da einfach irgendwas und hoffe, dass es dann das Richtige ist. Also, du bist fertig und wir können dann gehen, oder? Ich bin Detektiv. Ja, ich mach noch hier die Textnachrichten fertig und dann bin ich auch fertig. Ich kann halt nicht abschalten, weil sonst müsste ich wieder alles von vorne machen, weil das so eine beschissene... Weil das so eine voll geile Quest ist, wo man durchsuchen muss, bis es fertig ist, weil man nicht in so einer Zeitschleife gefangen und das fängt sonst wieder alles von vorne an. Was? Ist... Warum? Und das heißt... äh, Urheberrechte ok ok sonst würd's nicht, äh äh ich habe auch hier äh Wir machen Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, wir machen weiter. Äh, weißt du was, wir haben keine anderen Fragen mehr. Dankeschön! Hab ich jetzt bestanden? ... . Was? Was ist das? Mirra... Er hat sich geblieben, dass die Donia-Zard-Einrichtung der Donia-Zard-Einrichtung aufgewachsen ist. Er hat sich nicht so viele Gedanken gemacht, dass die Erinnerung nicht verletzt wurde. Was ist das so? Ich bin ein bisschen aus der Frau, aber ich weiß, dass sie ihn mit einer Art von Dunyazard kennenlernen können. Aber ich weiß, dass sie die eigene Rolle von Dunyazard nicht mehr als ich in der Wesen habe. Ich weiß, dass sie die Rolle von Dunyazard nicht mehr verletzten. Deswegen ist sie so, wie sie es ist. Aber sie hat sich mit der Dunyazard nicht wirklich anders. Ich habe ihn geflogen. Ich denke, das ist sicher, dass ich mich daran erinnern kann. Ich denke, dass ich die Donnäz... Ich denke, die Donnäzard ist... ...dass ich nicht mehr so... Ich bin nur ein bisschen... ...die ich für die Leben erinnere. Ich bin nur ein wenig dafür, dass ich die Leben einleitende. Ich kann mich auch nicht sagen. Ich bin noch ein bisschen... Ich bin noch ein... Ach, das wird schon. Das stimmt. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Du hast auch... Ich möchte etwas probieren. Ich bin noch ein bisschen. Kattu... Ich bin so schwer. Ich bin so gut. Ich bin so einfach. Aber ich bin so weit. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Ich habe so sehr begleitas. Aber für die leser... Was ich noch nicht so gut? Also, ich bin so geimpft. Wo ist die Leid compadre. Das ist alles dafür. Ich bin so gut. du glaubst es, der Gedanke, von allem für euch? Im Handel ist es die Leidre. Ich glaube, du denkst du auch mal zu sprechen? Okay, kann ich jetzt den Ort verlassen, ohne die Zeitschleife zu unterbrechen? Fuck, Alter! Gut, dann muss ich Aufnahme aufhören und wieder neu starten. Wir sehen uns.